Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Trainsmolater 2022. Wir fahren ja ein kleines kurzes Szenario mit dem TGV von Offenburg beziehungsweise Straßburg bis nach Offenburg und fahren hier so ein bisschen in den Sonnenaufgang rein und das ist einfach ein Freispiel. Und ja, einfach mal so ein bisschen zum Chillen, zum Ausklingen lassen des Wochenendes und ja, jetzt kein Zeitdruck, einfach schön relaxed von Straßburg bis nach Offenburg. Auf geht's! 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 So, das sieht ja schon gleich viel besser aus. So, das sieht ja schon gleich aus. So, das sieht ja schon gleich aus. So, das sieht ja schon aus. So sieht es innen aus. So, das sieht ja schon 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 aus. So, ich bin gespannt, wo dann die deutsch-französische Grenze erreichen werden. So, das sieht ja schon aus. 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 So. So, das sieht ja schon aus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So, das war's von mir. Ich hoffe, diese kleine Abend bzw. morgen fahrt euch gefallen. Wenn ich immer gar nichts verzichten kann, dann lasst doch mal wieder. Macht mich auf, bleibt besucht. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Dillings. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.